Äh, bitte was? Bitte was? Ich wollte gerade hier ernsthaft anmoderieren und du, du fällst mir hier so in die Anfangsphase rein. Das ist, sag mal, geht's noch? Sag mal, geht's noch? Was, was ist denn in dich? Das ist denn bloß in dich gefahren? Das ist doch, schäme dich, schäme dich, schäme dich bis nach oben. Ja, wir kommen zurück zu einer neuen Folge Starbound und wir waren ja in der nächsten, äh, in der letzten Folge hier an, äh, hier steck geblieben und wollen euch jetzt mal was Gutes zeigen oder Tauros möchte euch was zeigen. Was haben wir denn Schönes gefunden hier? Nee, mach du jetzt, nö. Nee, komm, das ist dein Werk, du hast es gefunden. Das ist so nett von dir. Du musst es zeigen. Komm, was ist denn hier? Was ist denn das? Oh, Alter. Ähm, äh, was, was, ich wollte, ich wollte, ich wollte zeigen, was da unten ist, also, ähm, weißt du? Licht. Oh, 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 Wasser. Oh, 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 oh. Wie du einfach so ein kleiner Lichtkegel angeflogen kommst, weißt du? Oh, 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 oh. Ja, ungefähr, so ungefähr einfach. Oh, lecker. Das sind solche Geier, weißt du, wie er wieder alle beide kriegt, ey, das ist so krass, einfach. Du cheatest doch mit deinem grünen Schlafanzug, ey, das ist doch... Alter, ist dein Jogging... Ah, nee, doch, ist dein Schlafanzug, hast du recht. Ja, ja. Oh, Alter. Boah, Alter, wo geht's das denn hier hin? Uiuiui. Oh, 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 oh. Geh weg. Ich hab Angst, ich hab Angst. Nein. Ich rette dich. Boah, krass. Boah, ich sollte gleich echt was essen, also... Ja, ich sollte auch mal Bandagen essen, ja. Ich hab's doch... Okay, warte, wer ist denn er ist da, was? Eine Truhe. Lass doch erst auffüllen, Alter, was machst du? Oh, 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 fuck, fuck. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Komm her, du Freund, jawoll. Boah, mit was schießt der da? Mit Ottenkugeln oder so. Zack, komm her, ich hab dich, jetzt hab ich... Boah, wie er jankt. Tschö. Was sind das denn für Fische? Da ist ein... eine Waffe drin, willst du die haben? Wie eine Waffe. Spoilet's Mega. DPS 9. Lebe wir noch. Ich glaub, das ist jetzt nicht so viel, oder? Nee. Obwohl, unser Schwert hat DPS 4. Dann würde ich das vielleicht in Erwägung ziehen, das mitzunehmen. Du hast jetzt so viele Diamanten, ich denke, da hab ich mir das Schwert verdient, oder? Verdient? Da wirst du mir bestimmt zustimmen. Ja. Verdient, ja. Nimm mit, Alter. Hau weg die Scheiße. Alter, ich hab's mitgenommen. Kann ich das jetzt einfach so reinpacken hier? Warte mal. Ähm, genau. Oben in das komische Menü rein. Ähm, da muss ich glaube ich... Ach, ich muss erst... Haust rein, haust rein. Ah, mach ich so, mach ich so. Boah, geil. Boah. Geil, guck dir diesen Stab an. Das ist ja voll der Kung-Fu-Mann. Warte, ich guck jetzt mal. DPS 9, Swingspeed 098. Okay, dann bash mal das blaue Vieh da hinten weg. Guck mal her, mein Freund. Sollen wir die Kiste nicht mitnehmen? Wir brauchen... Die haben doch Geschenke, oder? Das neue... Schütze mich. Okay, okay, warte, warte. Ich bin... Zack. Komm her, mein Freund. Zack. Guck mal, zwei Schläge ist da down. Das ist nice. Boah, das ist noch eine Kiste. Ich nehm die mal mit, ne? Aua. Schatz, Hilfe. Warte, warte. Komm her. Zack. Zack. Ich bin der im Stab. Bist du grad... Bist du? Ich hab mich grad ein bisschen in Luft aufgelöst. Oh man, die Musik war grad so geil. Wo bist du denn? Ich bin getorben. Gestorben. Aber du hast so angeschlagene Lebensenergie bei mir grade. Das kann irgendwie nicht sein. Hä, ich bin aber jetzt tot. Also ich komm jetzt wieder... Boah. Okay, ich hab nämlich eine Axt gefunden. Boah. Was eine ernste Musik. Alleine war er auf dem Rückweg. Okay, die Axt ist jetzt nicht so viel besser, aber immerhin. Ein Lagerfeuer wärmt ihn durch die Nacht. Ich hab ne Axt. Er flug sich durch. Durch Scharen von Gegnern. Ich hab ne Axt. Taros hat ne Axt. Ich hab ne... Das bin ich. Hi. Darf ich meinen Mama grüßen? Wenn er hier um sein Überleben kämpfte, fand der Taros eine Axt. Ich hab ne Axt. So ist das Leben hier in Starbound. Ja. So ist das Leben hier auf diesem Planeten. Ganz schön harte Sache. Alter, lass mich doch mal ernst sein. Mann, Mann, Mann. So, jetzt suchen wir nach Eisen hier. Ja, immer die Atmosphäre einfach zerstört. Traurig. Nee. Ich will nicht mehr. Ja, dann geh. Ich will nicht mehr. So, ich ernte mal eben kurz das Feld ab hier. Während du da um deinen... Während du da so viel Spaß hast anscheinend. Nee. Ich erkunde grad weiter. Was findest du denn? Nimmst du die Kisten mit? Ich komm einfach gleich wieder runter. Ich komm gleich wieder runter. Wir haben ja die Geschenke als Kisten. Ja, aber Kisten, weißt du das? Kisten. Keine Geschenke, Kisten. Oder willst du keine Kisten haben? Kann sein, dass ich dir nachher ins Reich der Toten folgen werde. Ich gucke mal, wie viele Plätze die haben. Diese Kisten haben 16. Ja, okay. Die haben so viel wie ein Geschenk. Aber die sehen halt besser aus, finde ich. Ja, dann nehm ich dir halt mit. Ist okay. Was, Alter? Du hast fünf ganze Diamanten und zwei Diam... Was, was geht mit dir bitte? Du bist immer ein Geschenk dran. Was? Was? Ich bin empört. Ich bin empört. Das ist für unser eins. Ja, fürs Team, ne? Okay, sorry. Ich denke... Ich denke an unsere Nachkommen. Ja, komm ey. Das ist einfach so erbärmlich. Das ist schämlich. Oh, ich wäre fast runtergefallen. Das ist... Ich hab keine Worte dafür. Das ist einfach traurig. Traurig. Wie tief das hier geht. Ja, einfach nicht... Einfach vom Thema wechseln, weiß ich. Ich bin... Ich hab hier grad Lava gefunden, aber... Lava in der Form, dass... Was ist das denn? Warte, ich will es sehen. Was ist das denn? Warte auf mich. Ich hab hier scheinbar ein Labor, so eine Höhle gefunden. Nein. Ich warte aber auf die Höhle. Nein, Lava nicht. Ich will mir gucken. Wo muss ich lang sein? Die Spannung steigt. Wer ist das Labor finden? Alter... Nein. Bin ich hier falsch? Hier ist kein Licht. Oh, oh. Ach, hier sind wir doch grad runtergefallen. Opsala. Hi. Wie ein großes, fettes, blaues Wild. Warte, was? Ich... Was ist mir grad passiert? Ich bin grad irgendwo runtergefallen. Alter, Fähne sind die stark. Ich hab... Ich hab noch... Ich hab ne andere Höhle gefunden. Ähm... Guck mal auf die Karte, wo ich bin. Ja, ja, ich... Ich... Hä? Du bist... Höher als ich? Kommen wir jetzt grad runter? Jetzt bist du wieder höher. Uh! Ich bin gleich tot. 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 Oh. Quatsch. Boah. Ich hab kein Leben mehr. Ich fress mal grad ne Bandage. Uiuiuiui. Bei mir werden die Leben irgendwie bei dir ganz komisch angezeigt. Bei mir hast du noch fast drei Viertel. Ich versteh das auch nicht. Ich weiß es nicht. Bei mir ist dein Leben auch voll. Aber bestimmt ist dein Leben bei dir voll, ne? Mein Leben ist bei mir nicht voll, nein? Ne, siehste. Bei mir ist das nämlich voll bei dir. Wie komisch. Wohl ein bisschen verpackt grade. Ja. Ja. Voll Kacke. Soll dich mal fixen, ey. Voll das Dreckspiel. Ja, Kackspiel, Alter. Kackspiel. Ich bin hier in einer anderen Höhle. Wo bist du denn? Wie in einer anderen Höhle? Ja, ich bin, ich bin tiefer als du. Machst du wieder mit einem anderen rum oder wat? Nein. Ich bin tiefer als du. Wieso? Wo bist du? Bei mir bist du höher. Bist du grad gesch... Hä? Der Kompass ist grad irgendwie... Ich lauf jetzt, ich lauf jetzt gerade genau unter dir. Moment. Ich, ich, äh, versuch einfach mal zu dir zu kommen. Ich komm dir mal entgegen. So, jetzt müsstest du eigentlich genau über mir sein. Ah, jetzt bist du... Jetzt bist du wieder woanders. Ähm. Ah, du bist direkt über mir anscheinend. Ähm, ähm, ähm. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich glaub, hier bin ich richtig... Oh! Alter, du hast in den Block gesetzt. Perfekt, perfekt. War alles geplant. Okay. Ich kann dir dieses komische, dieses, dieses komische Labor zeigen. Ja! Ich wills sehen. Bei mir hat's grad voll gehakt. Bei dir hat's gehakt? Was? Vorsicht. Ich komm mal, ich hab ne Angst. Bam! Alter. Spirits, bitches. So, müssen wir denn lang dafür? Ach, du führst mich schon da hin. Genau. Ich bin da... Oh! Nein, du bist nicht der Führer. Jetzt hast du's gesagt. Aber nett. Nicht so... Nicht so, wie du's sagen wolltest. Nein. Doch, du hattest den Akzent schon drin. Hab ich genau gehört. Ich hab auch gar nen Akzent. Hehehe. Was da... Was sind das denn für Dinger? Was sind das denn für Teile? Ähm... Sieht nett aus, auf jeden Fall. Sollen wir die mal? Guck mal die am Herzen aufm Kopf. Sollen wir mal? Voll süß. Moment. Was ist das denn für ein Stier? Ich bin schon... Ich bin vom Sternenzeichen Stier. Lass ihn mal kloppen. Ja. Was? Boah, was macht der für Geräusche? Was? Hört sich an wie ein Pferd. Tocke! Oh, die ist aktiv. Bam! Bam! Ein Schlag seid ihr tot. Komm her! Zack! So sieht das aus, Leute. So sieht das aus. Boah, ich soll... Legt euch nicht mit einer Currywurst und uah. Boah, wir müssen uns unbedingt mal Rüstung machen. Das ist so krass. Wir müssen mal... Wir müssen mal mehr Erze mitnehmen. Das ist korrekt. Aber ich will dir erstmal das Lobo zacken. Ja, ja, ja. Warte, warte. Es gibt mal so viel zu entdecken. Das ist das Problem. Hier ein bisschen aufpassen. Ein bisschen aufpassen? Okay. Ähm. Okay. Ich hab aufgepasst. Oh! Guck, hier haben wir nicht die erste Lava. Hier unten bei uns. Ja, ja. Spann wir hier weitergehen. Hier siehst du schon die Umrisse von... Ähm. Wenn du hier ganz rein gehst, dann siehst du, dass es hier zu irgendeiner Höhle und irgendeinem Labor geht. Da unten, ne? Mhm. Wobei, da kann man nicht irgendwie mit... Mit Steuerung kannst du rüber zoomen ein bisschen. Was? Wenn du Steuerung hältst und dann deine Maus bewegst, kannst du ein bisschen zoomen. Ah, cool. Hab ich rausgefunden, Alter. Was sind die ganzen Tricks her? Ja, ist der Wahnsinn, ne? Okay, das sind aber... Sind das denn Diamanten? Ich weiß es auch nicht genau. Ich glaub schon. Das sind Diamanten, glaub ich. Sollen wir mal den Weg nach oben nehmen? Das sieht glaub ich aus, als ob die verbunden wären. Den Weg nach oben? Ah. Wenn man einfach auf SDR drückt, ist es wieder in der richtigen Position. Alles klar. Ja, mit seinen Blöcken. Du machst es wieder voll kompliziert, weißt du? Nein, ich mach's richtig. Nee. Ich glaub, der könntest du nicht recht haben. Was ist das denn für ein Gestein, bitte? Was zur Hölle? Aber hier ist Erde, das ist gut. Ja, erstmal durchgraben. Und schön durchmachen. Ja, ganz viel Copper. Das ist wichtig. Ring-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Dry dirt? Kann das sein? Könnt's ja einfach jetzt hier runtergraben, oder? Oh! Ach, schon wieder, weißt du? Oh, 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 Vorsicht! Hier geht's weiter. Moment, warte. Licht. Ihr klickt, wie ich die Klicks höre einfach, weißt du? Oh! Ich muss echt aufpassen, hier ist Lava. Nein! Oh! Alter! Ja, mach du mal. Ich bin fest! Ich bin fest! Hilfe! Hilfe! Ich bin tot! Was? Was? Du kannst doch nicht sterben! Du kannst doch nicht einfach so sterben! Ich bin tot! Tut mir falschbar leid, dass du gestorben bist. Jetzt kannst du diesen schönen Anblick nicht sehen hier. Du wagst doch jetzt. Hm, die Axt ist vielleicht gar keine so gute. Wag es dich. Ich werd mir mein Schwert nehmen. Und dann? Weil die Axt ist ziemlich langsam. Ich sollte mal die Lava zubauen, ne? Das sollte ich... Zum Glück kenn ich den Weg, aber ich fall hier schon Löcher rein. Das ist natürlich nicht so praktisch. Ähm, ich sollte mal Erde wieder reinpacken. Oh, was denn hier? Zack, da haben wir noch was. Zack. Und dann haben wir hier noch was vielleicht. So, flugs zurücklaufen. So. Während du dich ja unten in der Höhle vergnügst. Ja. Waren das Diamanten? Ja, das sind Diamanten. Hast du alles schon mitgenommen, ne? Nein, noch nicht. Was sind das denn? Das sind Kristalle. Kann ich die Kristalle auch mitnehmen? Ja! Genau. Das meine ich ja, diese großen... Oh, drei Kristalle. Pfff. Wofür sind die denn gut? Kann man da auch was mitmachen? Bestimmt. Und da steht grad übrigens New Blueprint available. Genau. Also möglichst alles zerhauen, was neu aussieht. Ja. Ach, dann können wir bestimmt dann beim nächsten... Das sind übrigens auch Kristalle alles, keine Diamanten. Ah, okay. Sind Kristalle besser als Diamanten? Boah, ich weiß es nicht. Aber dann können wir bestimmt auch Kristallsachen machen, oder? Wenn wir dafür ein Blueprint bekommen haben. Das ist gut möglich. Boah, ich würd jetzt mal gern wissen, wie Lava abfließt. Warte, was ist denn das? Das sind Säulen. Ich glaub, wir sind hier in irgendeiner Nähe von einem Tempel. Ja. Hab ich mir auch gedacht. Das sah alles sehr tempelig aus. Ich glaub, verstehen sie? Tempelig. So, ich bin aber jetzt sofort wieder da. Ja. Mach mal. Ich lauf grad im Sause-Schritt, ja. Verstehen sie? Und ich düse, 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 düse im Sause-Schritt. Und nimm den Titel mit. Sie hatte nur noch Schuhe an. Bitte was? Jetzt weiß ich nicht, ob die beiden Monster aggressiv sind. Hallo? Ne. Die sind... Was machst du da? Sterb nicht. Du darfst nicht sterben. Ich bin tot. Was? War ein Spaß. Okay. Das wusste ich. So. Boah, dieser Stein ist echt ätzend. Ja? Der dauert so ewig. Okay, diese komischen Flammenwerferviecher sind hier überall. Überall was? Kann sein, dass sich die Reise ein bisschen verzögert, ja? Nein! Die sind drei Stück von denen. Was soll ich denn machen? Nein! Ich bleib mich einfach. Und durch. Und. Und durch. Und durch. Und durch. Und durch. Nein! Nein! Fuck! Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Hallo? Ähm. Hallo? Das war natürlich super schlau von mir gerade. Okay. Ähm. Solltet mal aufpassen hier mit der Lava. Na komm. Komm schon. Unbedingt Bandagen machen. Das wird sonst nix. Ja. Das ist wohl wahr. Ich glaube ich sollte nicht weiter bauen. Ja, ich bin auch jetzt sofort bei dir. Mein Hase. Ich. Ich möchte aber sehen wie das aussieht. Das probiere ich jetzt. Und wie lange die braucht um runter zu fließen. Ob das wirklich länger braucht als Wasser. Oder ob das genauso schnell fließt. Müsst ihr eigentlich länger brauchen. Wo bin ich denn jetzt? Ah ok. Komm schon. Komm schon. Oh. Ähm. Es war die beste Idee die ich jemals gehabt hab. Ich bin so schlau. Ich bin einfach. Toll. Was ist das? Was ist das? Geh weg. Ich trink mal kurz ein Schlückchen. Ich bitte drum. Hm. Alter. Damit ich mal meine Fresse halte ne? Komischerweise kriege ich auf den Weg. Wat? Ja ja komm ich hab schon verstanden. Ich hab gar nicht zugehört. Ja ich hab schon verstanden. Ist ok. Das hör ich mir nachher im Video wieder an. Was? Kann ich aber früher. Das hört man doch gar nicht. Holiday Spirit. So ich komm jetzt wieder zu dir. Ich muss jetzt wieder hier an der Oberfläche laufen. Hui. Warum? Weil ich gestorben bin. Weil ich Lava. Weil ich wollte ja unbedingt sehen wie schnell Lava fließt. Weißt du? Das war total super. Und? War schnell? Das war der Wahnsinn. Das ist übrigens genauso schnell geflossen wie Wasser. Was total unlogisch ist. Ah ok kommt auf. Kommt auf. Ja stimmt. Kommt auf. Die blauen Biester. Alter. Oh oh oh. Boah wir brauchen unbedingt ne Rüstung. Das ist so wichtig. Mh. Machen wir glaub ich Eisen für. Also wenn du irgendwo Eisen siehst. Ja oder Kopper. Kopper gibt er auch. Dann kriegst du so. Ah ja genau. Genau. Wir müssen ja erstmal klein anfangen. Ja. Kennst du dich aus. Hm. Aaaaah. Hehehehe lustig. Weißt du beim letzten Mal hat der das auch schon gemacht. Aber das hab ich dann nicht so mitgekriegt. Hab ich dann im Nachhinein während ich den Erfolgen geschnitten hab. Weißt du. Da hab ich mir so gedacht. Du kleine Scheu. Hehehe. 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 Ah nein. Nein. Natürlich. Kann ich niemals sagen ey. Nein. Niemals. Nie im Leben. Nie im Leben. Würde ich sowas zu dir sagen. Bin ich ja beruhigt. Ja. Das ist der blauen Biester alter. Pistisch. So ich pflanze mal hier kurz die neuen äh Sachen dann. Wir haben übrigens wieder so viel zu essen. Ja. Das ist der Wahnsinn. Ich hab total vergessen Bäume zu pflanzen. Stimmt. Schäm dich. Ich glaube das ist gerade gar nicht so tragisch. Ne. Wir haben eh noch Heul. Wenn wir dann wieder was brauchen am Pflanzen. Ich hab 5 Kristalle. Das ist sehr wunderbar. Wenn jemand weiß was man damit machen kann. Bitte sagen. Bitte. Hey komm. Doch. Bitte nicht sagen. Doch. Doch. Wir brauchen noch Hilfe. Vielleicht wechsle ich doch mal zur Axt eben. Weil die Pisa sind doch ziemlich stark. Ja das würde ich dir empfehlen. Ja. So. Ich glaub. Äh. Ach. Springen die Lava und sterben auch gut. Voll doof. Da ist die Lava abgelaufen. Ah. Und wenn man hoch will. Haha. Ist der Lava im Weg. Okay. Ich versteh dein Problem. Ja das ist. Das war mein Problem ja. Genau das war mein Problem. Aber gerade wie ist da unten ausschaut. War nicht meine Schuld oder so. Ah doch. Da war die Säule von eben. Das war die Natur. Ja. Auf jeden Fall. Äh. Ach. Da oben ist auch ne Säule. Ah. Alles klar. Ich baue mal. Oh. Ich trau mich grad nicht. Soll ich da jetzt die Lava abbauen? Tu's nicht. Es wird dein Tod sein. Ah. Da ist ein Kristall. Es wird dein Tod sein junger Padawan. Scheinbar musst du wirklich. Oh Gott. Ich hab Angst. Du hast Angst? Wieso? Okay. Sie ist durchgeflossen. Warte ich komm gleich nach. Boah. Wir müssen echt mal größere Felder machen. Das ist so krass. Puh. Was passiert? Was? Du hörst dich grad so. Ich bin grad bei der Lava. Ich bin grad über die Lava zu laufen. Ich sitze ja überall so Holzblöcke an. Ah. Bist du Käsus? Käsus. 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 Äh. Bauen wir die Säule ab. Aua. Jetzt hab ich eine Säule mitgekommen. Ich hoffe mal. Ich finde jetzt wieder den Weg. Was passiert denn so langsam? Wirds echt verwurstelt hier. Verwurstelt. Verwurstelt. Verküriwurstelt. Was passiert eigentlich, wenn Wasser auf Lava trifft? Dann. Äh. Dann kracht's. Ne. Das wär echt mal. Das wär echt mal. Das ist mir schon klar. Ich probier's grad mal aus. Mach das. Mach das. Mach das. Ob man dann Obsidian kriegt? Bezweifle ich. Das denk ich auch. Weil dann fall ich ja direkt mit in die Lava. Dann bauen wir uns ein Portal und dann kommen wir in den Neta. Ne. Falsches Spiel. Ah ja. Ne. Klötzchen. Hier ist noch überall Sand. Ich müsste das eigentlich mitnehmen. Ich nehme das mal kurz mit hier unten. Ja. Weil das brauchen wir unbedingt für Fenster. Wir müssen uns echt mal Fenster machen. Ja. Und zum Glück haben wir übrigens kein Vibe gehabt. Andere sind ja die meiste Zeit davon betroffen. Aber wir eher weniger bisher. Wir. Ja. Wir haben ja so Premium Starbound Accounts. Natürlich. Kosten mehr aber. Okay. Wir haben YouTube Money. Ja. 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 Genau das. Ja. Was. Ja. Hier sind übrigens neue Tiere. Ich habe wieder Angst. Die machen komische Geräusche. Mhm. Als wenn die schlafen. Oh. Nein. Was. Was. Ich bin fast tot. Nein. Mach keinen Scheiß. Hier ist Lava. Wie. Boah das sieht man gar nicht. Wie mies. Ja. Manchmal sind da so kleine Felder nur. Mhm. So. Bandage. Ich habe aber kein Pflanzendings mehr. So baut man heutzutage Sand ab. Actionreich. Kein Pflanzendings. Kacke. Kacke. Also ich bin beim nächsten Anstupser bin ich tot. Nein. Hast du keine Bandagen mehr? Ja. Oh nein. Hast du noch welche dabei? Ja. Ich habe elf. Aber ich gebe dir keine. Musst du weil. Okay. Ich warte jetzt extra auf dich. Weil da oben sieht das ziemlich cool aus. Ach dann wartest du auf mich. Okay. Na ja. Aus. Aus Freundschaften. Oh ich muss mir gerade mal ein Campfire machen. Ja mach ruhig. Lass es sein. Ja mach ich jetzt auch. Ich verreck ja nur gerade. Ja ich brauche es aber zum Überleben. Du. Was mit dir passiert ist mir egal. Pfff. Ah. Hier sind wieder böse Viecher. Ah. Geh weg. Ich bin tot. Pfff. Und wir haben übrigens Diamanten gesehen. Übersehen. Wir haben Diamanten übersehen. Bitte was. Kann nicht sein. Doch. Da kann aber auch nicht stimmen. Doch. Die nehme ich gleich. Nein. Wo bist du? Wo muss ich denn lang hier? Ich glaube ich laufe total falsch gerade. Das kann gut möglich sein. Warte mal kurz. Ich glaube hier muss ich runter. Hier ist Holz. Das ist gut. Ich glaube ich bin richtig. Ich bin tot. Ich bin. Nein. Nein. Ok. Hier kommt es nicht rein. Hier kommt es nicht rein. Badage essen. Boah mein Herz. So, mach wieder voll, mach wieder voll, mach wieder voll. Boah, das war ein Angriff. Vom feinsten. So, ich bin gleich da, ich bin gleich da, ich bin gleich... Ja. Ähm, hä? Bin ich hier richtig? Bin ich hier richtig? Ich glaube nicht. Man weiß es nicht, ja. Obwohl doch, hier wird's, hier wird's... Ähm, ne, ich bin... Hä? Ich bin komplett falsch. Ich glaube, ich bin von der anderen Seite, komme ich jetzt rein. Watt. Ich glaube, ich komme... Ich glaube, ich komme von der anderen Seite rein. Ah, gay. Warte, ich, ich, äh... Ich, ich guck mal gerade. Da habe ich Kohle gefunden. Oh! Okay, nee, das war wohl doch nicht so meine... Hä, ich bin total falsch, glaube ich. Ich habe mich total verirrt. Bei mir bist du schräg oben links. Ja, ja, bei mir auch. Tatsächlich, äh, äh, komischerweise. Also hier bin ich total falsch. Ich bin aber schon in der richtigen Stelle. Total falsch, aber in der richtigen Stelle. Ja. Natürlich. Ich schlafe wieder total Müll hier. So, warte. Zack. Hä, jetzt habe ich hier eine Treppe hingesetzt. Was mache ich denn hier? Ich gehe in der Zeit ein bisschen auf Rohstoffjagd. Ja, mach das mal. Weil in die tieferen Gefilden traue ich mich nicht ohne Bandagen. Das stimmt, das solltest du auch nicht. Das sollten wir erst runtergehen, wenn ich wieder da bin. Genau. Ey. Der will mir eiskalt erzählen. Ah, okay. Will er doch nicht. So. So. Ähm. Mensch. Gehst du jetzt da hoch? Geh. Böser, böser Bengel. So. Ah, hier muss ich, glaube ich, lang. Das ist, äh, das habe ich natürlich total verpeilt gerade. Hier kommt auch wieder ein Holzblock. Ich glaube, ich bin hier richtig hier. Habe ich gerade auch gedacht. Boah. Was sind das denn für Dinger? Die haben nur ein Auge. Nein. Ich sterbe. Ich bin gleich tot. Hoffentlich kommen die mir nicht hinterher. Okay, Bandagen essen. Alter, ich, ich. Ich. Ich, ich beiß gleich echt in Gras hier. So, weiter, weiter, weiter. Hä? Hast du hier was zugebaut? Ja. Aber dann nur zur Verteidigung. Okay, ich geh mal einfach hier runter. Gegen fiese Möps. Nee, hier sind aber keine Fackeln. Hier bin ich doch schon wieder falsch. Das gibt's doch nicht. Was macht er da? Wo läufst du denn lang? Ja, ich lauf eigentlich unseren Weg entlang. Was machst du denn? Bei mir bist du immer noch schräg oben links. Ja, ja, bei mir bist du auch schräg oben links. Also heute ist das ein bisschen buggy hier. So, hier ist wieder Lava. Hier ist, hier ist, äh, Happy Dingens. Wie heißen das? Nochmal. Alter, wie viele, äh, ich, ich muss mal grad was machen. Das ist wichtig. Das ist, sonst kann ich dich nicht retten. Sind das gerade etwa diese blauen Steinchen? Das sind solche komischen Steinchen, die schimmern so ein bisschen, die glitzern. Die sind total toll. Ja. Das sind nur ganz, das sind nur ganz wenige. Also keine Angst. So, ja. Keine Angst. Das ist nur so zehn. Boah, wie lang brauchen die denn? Boah, das sind übrigens Kristalle und keine Diamanten. Ich find mal gespannt, wo der Unterschied ist. Ja, das frag ich mich auch. Das frag ich mich auch. Und ich bin grad dabei, hier zu erfrieren. Werden wir wohl noch Schnellgucke rausfinden? Ich hoffe mal. Du lebst noch, oder? Ich lebe noch, aber ich grabe mich gerade in gefährliche... Ja, ja. Gebiete? Gebiete? Ja. Ich hör zu. Boah, ich lauf hier total. Bei mir hat die Musik auch schon aufgehört. Ja, bei mir auch. Wir sind ziemlich tief. Oh. Oh, nein, 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 nein. Hä? Ich hab die Lava doch gar nicht berührt. Nicht dein Ernst. Ich bin... Bist du gerade gestorben? Ich glaube, das passt auch ganz gut mit der Folgen. Ich bin tot. Mit dem Folgenende. Ich bin tot. Weil ich sehe hier gerade eine riesige Ader von... Was? ...Eisen und Silber. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf wieder in der Folge hier? Über 20 Minuten schon. Über 20 Minuten schon. Ja, diesmal haben wir uns ja halt noch einigermaßen gut gehalten. Ja. Sind ja jetzt auch nur zwei kurze Folgen. Genau, weil wirklich die... Wirkliche Aufnahmestation machen wir morgen. Also beziehungsweise heute Abend. Weil wir haben ja schon morgen. Ja, ja. Machen wir das. Wir haben jetzt kurz vor vier. Machen wir das. Also es wird das alles ein bisschen zu spät. Müssen auch ein bisschen zu spät. Ein bisschen schlafen. Genau, Schlaf soll man da. Und essen soll man auch noch was und trinken vielleicht. Ja, manchmal. Aber ich glaube, ich sterbe jetzt auch pünktlich. Moment. Dann lass dich doch sterben und dann treffen wir uns am Haus. Gut. Machen wir das so. Okay. Ich bin tot. Das ist doch gut. Wir können ja noch eben gucken, ob wir unsere Materialien einschmelzen können. Stimmt. Irgendwas schickes basteln können. Das können wir auch nochmal kurz machen. Weil sonst vergessen wir das in der nächsten Folge. Ja. In der nächsten Folge machen wir uns dann ehrlich daran. Mal erstmal gucken, was wir da unten noch so finden. Und vielleicht mal eine Rüstung oder sowas. Das wäre vielleicht mal ganz nett. Das wäre glaube ich gar keine so schlechte Idee. Ah, die Puffdinger sind wieder hier. Oh, er macht wieder sein Body Slam. Body Slam. Bam. Komm her, mein Freund. Komm her, mein Freund. Bam. Keine Chance. Keine Chance hast du. So, ich pflanze mal gerade noch ein paar Bäumchen. Sie hatte nur noch Schuhe an. Ich bin voll ein Ohrwurm. Echt? Boah, äh, kennst du das, wenn du an Silvester, ähm, ich hab immer, weil Silvester ist so typisch, da guckt man so, äh, Dinner for One und sowas. Ja. Und da ist auch immer auf RTL diese Chartshow. Ja, boah. Und die haben das von diesem Jahr aus dem letzten Jahr wiederholt. Was? Das war richtig mies, weil ich, äh, die aus dem, äh, Jahr 2012 schon kannte, hab ich mir das so, ah, war ganz cool, guck ich mir das, ey, dann eben nochmal und dachte so, hm, dieselben Gäste, die kenn ich doch. Wann hast du dann, nee, warte mal, wann hast du das denn geschaut? War das nach 12 oder, oder davor? Das war davor. Echt? Davor? Boah, krass. Richtig mies. Weil das kam ja zweimal, ne? Der Tobi schreibt mich gerade an, hua, hua, wir mit Kevin auch. Ja, das stimmt doch gar nicht. Ich, ich sag mal. Stimmt doch gar nicht, der Tobi, weißt du? Eiskalt, ey. Ab ins Bett. Ich guck mal, hab ich vielleicht noch hier was Schönes? Weißt du, Tarros schreibt lieber mit Tobi als an, statt hier mit mir zu spielen, das ist so typisch. Ja, du bist mir halt, du bist mir zu, keine Ahnung. Ah, genau, wir wollten was einschmelzen, wir haben ja zwei Öfen. Ah, stimmt, wir haben ja jetzt hier ein schönes Zimmer. Ja. Und diese Dekoration oben am Dach ist einfach so schön, das ist einfach ein Traum. Die ist wunderbar, ne? Ein Traum. Ja. Bin immer auch stolz drauf. Ja, das ist, das ist, das ist, das ist, Kristalle haben wir ja, stimmt. Was, was muss ich denn mit dem Blueprint, äh, muss man da irgendwas mit machen? Äh, hast du einen Blueprint bekommen? Ne, der stand ja, ach, ich kann mir einen Kristallblock machen, das ist ja toll. Das ist einfach toll. Das ist ein Traum, das wollte ich schon immer mal machen. Moment, 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 Moment. Ich bin, ich bin da gerade an was Großes dran. An was Großem? Ja. Also, äh, bestimmt nicht an dir. Ähm. Nein, das hab ich auch gar nicht gehofft. So, was haben wir denn hier? Boah, ich hab 45 Copper Oil, das ist jetzt nicht so viel, aber man kann's immerhin noch einschmelzen. Ich hau dich, ich hau dich nochmal, ich hau dich nochmal, viermal gehauen, fünfmal gehauen. So, da ist der Tobi da, äh, ah, du schmelzt, ah, okay. Sechsmal gehauen, siebenmal gehauen. Immer einmal mehr als du. Achtmal gehauen. Ah, hier ist mein Copper. Neunmal gehauen. Zehnmal gehauen. Ja, ja. Zwölfmal gehauen. Ja, so nix du was. Elfmal gehauen. Okay. So, ich schmelte mir gerade meine Sachen zurecht. So, so langsam bekommen wir aber unsere Erzsicher. So langsam aber sicher. Langsam aber sicher bekommen wir sie. Dreien, ach, 38 Copper Oil, nichts, das ist nichts. Boah, wir haben echt noch kaum irgendwelche... So, ich hab mir gerade kurz so... Ja, ich mach gerade, ich hab mir gerade kurz so nebenbei ein LP mit dem Tobi Dahtor halt klargemacht. Oh, der feine Herr, weißt du? So, ganz so krass nebenbei. So eine Leichtigkeit, das mach ich eigentlich öfter. So wieder angeben, weißt du? Ich spiel mein Garrys Mod. Einfach nur Garrys Mod. Äh, Prop Hunt. Prop Hunt, das hat man jetzt geil. Das hat sogar schon mal gespielt und auf meinem Kanal schon mal hochgeladen. Prop Hunt ist echt geil, ja. Ja. Das macht echt fun. Das find ich auch der beste Modus, deswegen hab ich mir Garrys Mod auch geholt. Ich hatte das ganz früher mal gekauft, weil da irgendwie so war so... Ja, da kannst du ganz viel machen, so extrem Sandbox und blablabla. Ja, ich hab das auch nicht verstanden, ey. Das ist so kompliziert, du kannst da irgendwie dein eigenes Auto programmieren, blablabla. Ja, bis du da mal durchblickst, das dauert. Das dauert. So, wollen wir mal die Folge beenden, vielleicht? Ähm, die Frage ist, ob du dir aus deinen Sachen was cooles klappen kannst. Ach stimmt, wir wollten ja noch was schauen, genau. Weil sonst vergessen wir das in der nächsten Folge. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. So, dann nehm ich schon mal eine ganze Sache mal richtig, ja. Ich guck auch mal was... Ach stimmt, ich muss ja meinen... Oh. Error. Stack Trace, was ist das denn? Mein Starborn ist, glaub ich, abgestürzt. Ne, mein... Ist mein... Starborn funktioniert nicht mehr, das ist toll. Ja. Du hast doch wieder irgendwas hier rüber gemacht, ey. Das ist ja... Ja, 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 komm. Mann, 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 vielleicht komm ich noch mal rein, warte. Boah, was war das denn jetzt komisches? Das war ja ganz... Chucklefish. So, dann nehm ich mal wieder auf, das hat man ja gar nicht gesehen. Jetzt ist, äh... Exclusiver Content auf meinem Kanal, auf meinem Kanal. Exclusiver Content auf meinem Kanal. Mein Kanal, meinen Kanal abonnieren, favorisieren, liken, teilen. Taros LP, Taros LP. Das A ist eine 4, das A ist eine 4. So, dann komm ich mal wieder rauf. Ah, jetzt kann ich mir meine Ausrüstung craften. Boah, ist die teuer. Ilter, teuer. So, da bin ich wieder. Ich hatte auch mal so ne Brille oder so. So, warte mal, lad mich mal kurz zu deiner Party wieder ein. Kann das sein? Ah ja, genau. Moment, so viel Zeit muss sein. Herr... Ja, ich glaube, bei so einem Sprung, da merkt man das jetzt nicht so ganz. Obwohl, bei mir hat sie sich gerade bewegt bei dir. Bist du gerade runtergegangen? Nee. Okay, hast du wohl irgendwas gemacht, was, äh... Oder, oder die Anzeige spinnt. Wie ruhig es hier gerade ist, in der Umgebung. Ja, ne? Es ist Nacht, alle schlafen. Ja, so. Pssst. Genau, wir sollten gleich mal schlafen gehen. Ich guck mal gerade, ob ich was machen kann. Aber ich guck erstmal, ob ich hier Zeugs hab. Mhm. So. Was ich jetzt mache ist, ich kann mir nämlich ganz genau einmal Hosen machen. Was denn für Hosen? Und ein Helm. Äh, Kopper. Kopper. Okay. Was, was ist das denn? Das ist der Helm. Augenerzündung, aber ist das... Das sind so hypnose Augen. Das sieht so aus, ne? So, jetzt zieh ich mir meine richtige Hose an. Oh, Mann, ey. So, wo macht man das denn hier? Beim Ansel. Wieso kann ich mir denn nichts... Wieso kann ich... Ach! Bei dem, bei dem Ding hier. Ach, okay. Ah, okay, ich verstehe gerade. Man muss jetzt... He, he, Sascha. Und danach, also man muss nicht... Man muss mit Kopper anfangen, aber danach muss man das so upgraden, ne? Ja, geil. Guck mal, ich bin jetzt gerade... Na, wie gefällt dir das? Weiß ich. Warte, ich mach mir auch mal... Was hast du dir jetzt gemacht? Ah, wie gefällt dir das? Wie sieht das aus, ne? Ich seh's gerade nicht. Hast du ne Brille gemacht? Ähm, ich mach mir jetzt den, äh, den zweiten Schritt schon von denen. Ah, der Herr hat's aber, ne? Zweiten Schritt, weißt du? Oh, ich kann mir also nur die Hose machen. Die Brille muss ich jetzt nur dürftig tragen. Wo sieht das behindert aus? So, ich hab mir jetzt noch, äh, die zweite Hose gemacht. Genau, ich auch. Ja, das war's. Oh Gott. Was kackt ist. So, warte, dann zieh ich mir die Hose mal kurz an. Ja, bitte. Ähm, 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 ähm. Warte, 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 warte. Mein ganzes Material wieder zurück in mein... Cool, das passt sogar zu meinem Oberteil. Guck dir das an. Guck dir das an, das ist der Wahnsinn. Oh, cool. Ja, bei mir irgendwie nicht. So, die Sachen zurücklegen. Okay, ich sollte aufhören. Äh, das hab ich, das hab ich, das hab ich. Alles klar. Würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal, äh, Päuschen. Ja, ja. Und, äh, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und in der nächsten Aufnahme-Session wieder, ja? Versteh' ich nicht? Hoffentlich, hoffentlich, ne? Okay, dann, äh, ja, schlaft gut, ne? Ja. Also auch, wenn grad Mittag ist, legt euch da einfach mal hin und so. Auch auf dem Boden einfach, wenn kein Bett zur Hand ist, grad so. Genau. Es ist, es ist ja nämlich schon spät. Legt euch einfach hin. Hinlegen, Augen zu. Vielleicht ein Hörbuch anmachen. Ja. Bisschen entspannen. Ja. Machen wir auch jetzt. Ja, aber sowas von. Okay, dann, dann. Tschüss. Dann, tschüss. Oh, man, vieles erlebt in dieser Folge, finde ich. Also, wir haben die, äh, Höhle weiter durchsucht, haben dann diesen komischen Lava-Tempel. Ich weiß nicht, ob das ein Tempel ist, aber irgendwas mit Lava haben wir dann gefunden. Ich möchte gerne mal gucken, was das ist. Vielleicht sehen wir, vielleicht finden wir das ja nochmal raus. Ja, und mein Starbound ist auch, mein Starbound ist auch abgeschmiert. Was gibt's Schöneres? Das kann, das kann, das kann, kann noch echt keine bessere Folge werden. Also, ja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, äh, wenn ihr wollt, wenn ihr wollt, wenn ihr wollt, in der, äh, in der nächsten Folge wieder. Natürlich, wie gesagt, nur wenn ihr wollt. Habt noch einen schönen Tag. Und, ja. Bis dann. Und man sieht sich dann in der nächsten Folge. Bis dann.